Die Jungen, das ist nicht mehr hier beim Militär, ey. Geht's am Rissen? Ok, do, ok. Hey, wir sind bei meinen Finden mit diesem Wurf hier, da. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Black Mirror 2. Vorab würde ich schon mal sagen, wird das eine sehr kurze Aufnahme werden, denn ich muss gleich auch schon wieder weg. Wir werden uns hier so ein halbes Stündchen und so ein bisschen vergnügen. Ich muss es hier auch noch rendern und ich bin in zwei Stunden schon weg für ein paar Tage. Mein lieber Bruder, der Yabu LP, der wird für mich die Folgen hochladen. Und damit wir auch die Tage gut ausgefüllt haben, werde ich jetzt hier eine ganz klitzkleine Aufnahme machen. Gut, ähm, wir müssen, was müssen wir machen? Ähm, was war denn jetzt hier unsere Aufgaben? Neueste Aufgabe. Ach ja, genau, Fuller aus dem Laden locken. Mhm. Alles klar. Gut. Ach ja, wir müssen ja an, ähm, irgendwelche Fotos kommen, ne? Damit sie, ähm, zu diesem Fuller geht und ihn aus dem Haus lockt, dann schauen wir mal, wo wir diese Bilder herbekommen. So, wir sind jetzt hier in dem Trötellad vielleicht. Vielleicht hat der ja irgendwelche Bilder, die wir ihm irgendwie abkaufen können. Ähm, schauen wir mal. Ich hab das jetzt gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, was der da alles rumstehen hatte. Äh, doch, der hat hier Bilder. Ähm, fragen wir ihn einfach mal. Was denn? Wie ist so das Leben hier in Biddeford? Bist du nicht von hier? Äh, nein. Ich geh in Boston aufs College. So ein Intellektueller bist du, so ein Schreibtisch-Täter. Ne Eierbirne, die den ganzen Tag schlau daherreden kann. Nein, ich bin... Dann bist du so ein Künstlertyp. Bist deprimiert und nimmst Drogen. Hast ne Selbsthilfegruppe wegen der Probleme? Nein, ich studiere Physik. Hm. Naja, kann man brauchen. Warum bist du hier? Ich besuche meine Mutter in den Semesterferien. Sie wohnt seit einigen Monaten hier. Rebecca Michaels. Nett, dich kennenzulernen, Rebecca. Oh Mann. Oh Gott. Der Typ hat auch nicht mal alle Latten im Zaun. Krankenhaus. Meine Mutter liegt hier im Krankenhaus. Und? Meinen Sie, dass sie dort gut aufgehoben ist? Ist sie krank? Dann wird sie in einem Krankenhaus nicht schlecht aufgehoben sein. Nein, ich meine, ob die Ärzte hier gut sind. Woher soll ich das wissen? Meinst du, nur weil ich alt bin, laufe ich jeden Tag zum Onkel Doktor und heule mich aus? Ich war seit Jahren bei keinem Kurpfuscher mehr. Ich bin kerngesund. Ja, ja. Früher waren die Leute noch aus anderem Holz geschnitzt, was? Komm nur in mein Alter, dann reden wir weiter. Mutter. Kennen Sie meine Mutter zufällig? Nee, ich geh nicht viel raus. Was will Sie hier? Fritte Seeluft, wa? Könnte man so sagen, ja. Altersruhesitz. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Ja, wie jetzt? Geht der einfach weg und lässt uns hier alleine, wa? Hm, die sehen aus wie Panzerfäuste. Hoffentlich nur Imitate. Hoffentlich nicht. Funkgerät. Ein altes Funkgerät. Sieht ziemlich professionell aus. Sind Sie Hobbyfunker? Hobbyfunker? Du meinst einer dieser Idioten, die sich toll vorkommen, wenn sie einen anderen Idioten am Rohr haben, der zwei Straßen weiter wohnt? Ich war Funker bei den Hell Devils. Ach, das Infanterieregiment der 4. US-Infanteriedivision. Ich war in Nordafrika dabei. Und in Sizilien. Dann an der Normandie am Utah Beach. Wurde am Rhein verwundet. Augen. Hab ein Purple Heart bekommen. Und sind Sie nun Funker oder nicht? Ich halte die Tradition am Leben. Ich spreche regelmäßig mit alten Kameraden. Können Sie überall erreichen. Ich bin eine Art Experte, möchte ich sagen. Halte meine Sachen in Schuss. Allzeit bereit. Jung, du bist nicht mehr hier beim Militär. Gut zu wissen. Ey, der spricht mit uns so, als ob der immer noch dienen würde oder so. Ja, kennt man. Dieses Bild habe ich schon etliche Male gesehen. Warum ist gerade meine Framerate so down und beruhigt sich nicht mehr? Hallo? Darfst gerne wiederkommen. Uhu. Ein Schrank. Voll mit den verschiedensten Dingen. Bücher, ein Grammophon, Kisten, Messgeräte. Willst du was kaufen? Ich schaue mich erst einmal um. Wir brauchen Bilder. Medaille. Ich schätze mal, das sind Eddys Abzeichen aus seiner Zeit bei der Armee. Das hast du richtig erkannt, Junge. Funkgerät hatten wir schon. Aber was ist denn hier gerade mit der Framerate los? Das geht ja gar nicht. Meine Star Wars-Figuren gefallen mir besser. Ob Lucas jemals den vierten Teil drehen wird? Boah, das geht ja gerade gar nicht. Sieht von dir ausgesehen nach einem Diaprojektor aus. Korrekt. Gut, dann gehen wir mal wieder raus, denn ich denke mal nicht, dass wir hier Bilder bekommen. Ich hoffe, dass meine Framerate sich jetzt mal hier so ein bisschen beruhigt. Und ich kraxle ja mal zwischen acht und zwölf rum. Ah, jetzt gehen wir doch wieder... Wer ist denn das? Die Typen sehe ich jetzt hier zum ersten Mal. Dann wollen wir den mal hinterher latschen. Wer ist denn das? Oh, da müssen wir selber Fotos schießen. Da ist er wieder. Wo bekommen wir Bilder her? Möchte ich mal gerne wissen. Hier brauchen wir ja nicht mehr reinzugehen. Bei dem Fuller. Außer wenn wir eben kräftig den Arsch versuhlen. Polizei. Statue. Muss man vielleicht die Statue fotografieren. Meine Spiegelreflexkamera mit Blitzlicht. Ohne gehe ich nicht aus dem Haus. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Wo könnten wir denn die Bilder herbekommen? Ein Münz-Fernsprecher. Hm. Außer Betrieb steht da. Okay. Dann machen wir mit dem Telefon nix. Und gehen mal zum Muttis Haus. Aber wo kriegen wir Bilder her? Hier hängen Bilder. Hier hängen Bilder. Und jetzt kann ich damit aber nix machen. Willow Creek. Ja. Damit machen können wir aber nix. Vielleicht ist im Sekretär, äh, Sekretär, äh, Sekretär, äh, Sekretär, äh, im Sekretär ja noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Mehr ist hier, glaube ich, nicht zu finden. Und eigentlich suche ich ja auch gar nichts mehr. Okay. Dann hat sich das auch erledigt. Oh, wo bekommen wir denn jetzt verflixt und zugenäht Bilder her? Ah, warte mal. Wir konnten ja, wo wir dann im Hafen waren, wo auch dieser Souvenirladen ist, äh... Äh, das probieren wir mal aus. Vielleicht müssen wir sie, die hier Bilder haben will, so ein bisschen hinterrückst, ähm, fotografieren. Wisst ihr, was ich meine? Aus dem... Ja, so dass ich jetzt nicht mitkriege, weil sie steht hier am Souvenirladen. Und, äh, vielleicht müssen wir das durchs Fenster ja machen. Aber ich wüsste echt nicht, wie ich am Wilder kommen soll. Nein. Hm. Mal gucken, vielleicht geht das ja, was ich vorhabe. Okay, das geht leider nicht. Die Leute fahren hinaus zum Angeln oder was weiß ich. Ich behalte lieber festen Boden unter den Füßen. Eine glatte Metallstange. Sie ist aus dem Gelände ausgebrochen. Kann man die mitnehmen? Hä? Sie ist ziemlich schwer. Okay, Metallrohr. Vielleicht können wir ja da mit dem Fuller 1 übers Rohr hauen. Aber ich frage zum Strand. Jetzt brauche ich die Abzüge von Angelinas Fotos. Ach so. Ich mache mich doch lächerlich, wenn ich dort ohne aufkreuze. Hm. Wie kommen wir an Bilder ran? Ich habe vielleicht gedacht, ne? Durch das Fenster und so, dass das vielleicht geht. Hm. Ich kann nicht zurück in den Laden, solange Fuller dort rockt. Ich muss ihn aus dem Laden locken. Dann kann ich mir Angelinas Bilder organisieren und sie in seiner Dunkelkammer entwickeln. Okay, das geht schon mal nicht und aus dem Hinterhof her. Macht er auch nicht, ne? Es bringt doch nichts, wenn ich mich da wieder reinschleiche. Ich muss erst Fuller aus dem Laden locken, damit ich mich um Angelinas Fotos kümmern kann. Tja, wo kriegen wir Bilder her? Das ist eine ganz gute Frage. Nein, keine Chance. Ich muss irgendwie mehr Kraft aufbauen, um das Gitter anzuheben. Oh, da müssen wir doch in den Laden. Das wird nochmal mit dem Sprechen, dass der uns ein Bild gibt. Weil bei etwas kann ich mir schon nichts anderes mehr vorstellen. Oder ich versuche, den Dock ausfindig zu machen. Was ist denn das? Ach, das blöde Funkgerät. Regale mit unnützem Krempel. Wenn du nur meckern willst, verschwinde! Ich würde gerne diesen Seitenschneider kaufen. Zwei Dollar. Willst du gar nicht handeln? Hast wohl zu viel Geld, wa? Bekommst es vorne und hinten reingeschoben, wa? Noch nie im Leben gearbeitet und keine Ahnung, was ein Dollar wert ist, wa? Zwei Dollar sind zwei Dollar. Zu ihrer Zeit war das vielleicht ein Abendessen mit Kinobesuch für zwei Personen. Für mich ist es ein halber Burger. Sei froh, dass du dir einfach so einen Burger kaufen kannst. Es gibt immer weniger Rinderfarmer bei uns. Die ganze Import-Scheiße aus Dritte-Welt-Ländern macht die Preise kaputt. Und all die armen Cowboys können bald nicht mehr mit ihren Viehherden durch die Prärie ziehen und romantische Lieder am Lagerfeuer singen, hm? Verscheißern kann ich mich selber! Okay, jetzt haben wir hier einen Seitenschneider. Vielleicht kriegen wir ja die Sodaflasche damit nicht auf. Ähm, okay. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt diesen Seitenschneider gekauft. Dann gehen wir mal raus. Aber der Typ, der ist auch komisch, wa? Sagt erst, ja, so und so viel Euro. Oder da die Währung. Dollar hat er, glaub ich, gesagt. Na, ne? Und Ja, du kannst den Käppchen heißen. Wäh, wäh, wäh. Naja, das sind die Besten, sage ich falsch. Das sind die Besten. So, dann gehen wir nochmal ins Hospital. Jetzt ist er wieder alleine. Ich brauche nur Bilder. Vielleicht hat Mama ja irgendwelche. Aber ich weiß leider nicht, wo der Arzt hier hocken könnte. Also. Okay. Das ist doch nicht gut.